Ich muss ja von der Seite irgendwie ranspringen. Ich hab das ja auch schon mal geschafft hier. Ich schaff's halt immer wieder nicht. Voll raus. Jetzt. Yo! Oh, die Beine. Der Klassiker. Spieler? Fuck! Ich bin quasi tot. Ja, ich weiß gar nicht was das war. Wahrscheinlich ne Granate. Bin tot. Das war ein full equiptes 3er oder 4er Team. Chains gehabt, Alter. Noch einer, pass auf. Ich mach ne Granate. Weggerannt. War das deine die Blende? Nein. Komm, wir gehen weiter. Obwohl, ne, warte. Der ist noch da. Der ist noch da. Also ihr könnt ihn. Theoretisch. Der hat natürlich nur Kacke hier, ne? Ja. Die Frage ist, wo er halt ist, ne? Ich denke links in der Ecke. Ja, 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 ist er, ist er. Ja. Problem ist, ich hab jetzt keine Nate mehr. Frage, ob ich dem jetzt hier die Waffe rausziehen sollte. Das ist links in der Ecke. Wir könnten... Ich kann auch vorgehen und uns zuerst beschließen. Schau mal zusammen, oder was? Ja. Und los. Und los. Ist klar, mich hat er da drin. Logisch. Ja. Es waren noch zwei weitere, oder? Ja. Ich auch, oder? Fack, 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 fack! Warte auf das scheiß Magazin! Nach du... Alter. Ha! Ja. Äh, komm, alter! Der Wirft halt noch Nate. Wie viel waren das, alter? Ja, kann so sein. Auf jeden Fall großes Kalibler... Was nicht? Schaff? Schaff, schaff, ja. Vorka! hast du beide ich habe den hinteren direkt spieler es gab und leute direkt hier oben drin links das gab die dicken rechts oder links rechts rein ich gehe rechts rein das sind die dicken hier ist blut an der wand der ist nach unten gelaufen blutspritzer dahinten hinter dem ersten die haben so ein ding ja bekannst du auf den schießen der hat einen helm da liegt der liegt der liegt also ich kann mich mit den radar nicht anlegen ich habe ihn schon in die visage geschossen aber den painkiller wenn nicht dann lassen und tot natürlich ins gesicht hat mir geschossen unter der brücke glaube ich das ist eine häuserecke gewesen jetzt verpisst oder was übrigens ganz im rücken schießen dort können wir da sind wir ganz groß drin ja ja von der anderen straßenseite ich habe ein ding in die brust gekriegt das kommt direkt hier von 180 grad hinter mir steps ich bin über dir ich denke noch mal andere auf unserer ebene das ja in der loothalle ich habe auch noch eine warte 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 bevor du jetzt rein ne ich habe keine mehr klatsch bin ich schon verloren ich gehe vor ja du hast alles gut nice geile schöner wupp level 2 die arme so egal step 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 da ja 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 der hat mich direkt geradezu hinter irgendeiner elektroscheiße kämpfer ab lassen der weiß nicht dass da noch ein zweiter ist doch doch weiß er jetzt hab ihn und ein skaff spieler spieler oder skaff in die fresse hoppen der hat mich gott sei dank verfehlt alter zwei dreimal ich komme ich komme warst du das nein ich guck ihn direkt an ich weiß es nicht also rechts schüsse ich sichere nach rechts mache mal schnell gibt ihr habt aber schnell da ist ein movement hinter einem lkw zweiter team lassen laufen lassen laufen ne die sind noch da safe da safe da einen getroffen visier mal einen an schrader oder bist du weg ich bin rechts am eingang wo sind sie denn hinter dem holzstapel ich habe den rechten getroffen die sind beide dahinter safe safe holz das blut spritzt an den container dahinter ja ich hab ihn gesehen hinten am container stehen die laufen die laufen die laufen nach hinten weg die laufen üben oben drüber ja gut verjagt ok wir können im mittleren Raum die hatten Angst die sind weg wollen wir rüber gehen wollen wir crossen einmal zu Dorms oh oh so schnell ich dachte wir wollen langsam mal spielen was für eine kleine bitch du bist blutig alter sagenhaft ich könnte auch noch mal intelligence versorgen zu holen aber das können wir doch machen geh doch hin das hab ich jetzt auch gesagt das ist aber ganz schön gefährlich ich dachte wir gehen keine halte was für einen bitte rau er soll dir verwelten wir gehen mal kurz zum krass zum zollgebäude vor uns genau hinterm licht ich schmeiße eine granate nach vorne mit 2 Ich flanke gleich von links. Einen über den Zug von mir. Ich bin relativ weit links. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Einen, ja. Ich gehe kurz in den Busch und muss mich heilen. Ich gehe in den blauen Container hinter dir. Ist jemand auf Metall gelaufen? Ja, ich, 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 ich. Ich habe gerade einen erschossen. Ich hoffe, es war nicht Christoph. Nein, nein, alles gut. Hier war einer im Zug, den habe ich. Ich bin in einem blauen Container. Ich komme wieder raus. Ich bin im Zug. Ich habe einen erschossen. Ah, ihr Wichser. Ich gucke nochmal rauf. Der ist umgefallen, als ich ihn auf den Kopf geschossen habe. Ah, du alter F***, Cluny. Du hast mir doch sagen müssen, dass du auf ihn geschossen hast. Natürlich habe ich auf ihn geschossen, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Und ich habe auch eine erschossen bei 10 Minuten 6. Blute Krönung des Ganzen, ja. Mehr fällt mir dazu nicht ein, ja. Also... Spur im Stream zurück. Spur im Stream zurück. Spur im Stream zurück. Du hast mir gesagt, ich soll schnell noch looten gehen. Ich habe nicht geguckt, dass ich... Alter, wie du dir das doch zurechtlegst, Junge! Wie das du zurechtlegst. Das kannst du doch vergessen, Alter. Das ist doch einfach nur Scheiße. Natürlich habe ich mitgeschossen. Was soll ich da machen? Hab ich mir da ein Marshmallow gerastet oder was? Mann, 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 Cluny, ey. Okay. Fehlen allen die Worte, ey. Das ist Teamplay vom Feinsten. Das macht Spaß. Unabhängig davon, weiter geht's. Mhm. Du brauchst mir jetzt den Müll auch nicht mitbringen. Ich bin voll, also... Was soll denn das jetzt? So ein Behalts halt. Aber cool ist es nicht. Na, du hast einfach meine nächste Leichen, das ist wieder gut. Erinnere dich an den Killer-Helm, mein Lieber. Die nächsten vier, du Spasti. Erinnere dich an den Killer-Helm? Ja, ja. Der Killer-Helm ist natürlich vier vollequipte PMCs wert. Ich habe nicht mal vier erlegt. Ja. Wie viel gelegt? Du hast garantiert schon drei oder vier von mir geschenkt bekommen in deiner Whining-Phase und jetzt hast du mir den noch geklaut. Also sind wir sicherlich... Bin ich drei, vier Spieler vorne. Da kannst du ja mal den Einkiller-Helm dagegen rechnen. Wegen drei, vier vollequipte PMCs. Ja, ja. Du hast doch richtige Eier-Birne, ey. Gut, dass mir das nicht passiert ist. Gut, ich bin drinnen. Solty, Chris, ist Solty. Ja, das hat was mit Solty zu tun, du Spass, Junge. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Setz dich gleich in meinem Auto und fahr nach Berlin und mach dir was in die Presse. Dann müssen wir sehen, was Solty ist, Junge. Bring den Helm mit. Ernst, Alter. Bring deinen Kriegshelm mit. Ja, ich schieb den in die Eiche, Junge. So, jetzt seid ihr bereit, oder nicht? Ich muss kurz noch den Renate enttauschen. Ist offen? The fuck? Es ist offen. Save einer da, save einer da. Ihr müsst durchgehen. Ihr könnt nicht einfach im Gang stehen. Da ist er! Da fällt was. It's down, it's down, it's down. Vielleicht, wo noch einer ist. Der war sehr schnell da. Noch einer drinnen. Von draußen, von draußen, von draußen. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Wer jetzt reinkommt, stirbt. Dani, bist du tot? Nein, 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 nein. Werf nicht. Wir müssen... Geh in Deckung, Dani. Geh in Deckung. Sonst schmeißen wir uns hier eine Granate rein. Kannst du heilen? Was machst du, Dani? Sag, rede. Ich bin im Raum, ich bin im Raum. Vorne. Du schießt von draußen wahrscheinlich, ne? Wer schreit denn da die ganze Zeit? Daniel, call mal was. Ich leb noch, ich leb noch. Der muss draußen auf der Berüstung gestanden haben. Ja, der ist draußen, außerhalb. Den hab ich da abwiegen gesehen, nachdem du ihn befeffert hast. Schwer zu sagen, was er jetzt tun. Wer hat die Tür aufgemacht? Ich hab zugemacht bei mir. Ich muss mal kurz heilen. Er packt die nur durch. Lebt er noch bei euch? Wisst ihr das? Den einen, den hab ich zuerst gleich am Anfang erwischt. Aber deiner muss ja noch leben, oder? Der kämpft jetzt 100% auf einer unserer Türen ab. Was soll er sonst machen? Ja, aber sobald wir sie aufmachen, ausgehen wir, dass die... Ja, dass eine Granate reinfliegt. Ja, wo buckt der durch? Wo siehst du, bei mir buckt der gar nicht durch. Hier ist ein Rucksack, der durch buckt. Echt? Bei mir nicht. Man kann's doch nicht guten. Dann lebt er wahrscheinlich noch. Ich kann dir nur kurz die Info geben, was Juli gemacht hat. Ach ne, stimmt nicht. Ich wollte das jetzt gerade unterstellen, das wäre zu viel der Lieder. Ich dachte, während du mitten im Feuergefecht stehst, hat er hier hinten den Safe ausgeräumt. Er läuft, er läuft. Es sind zwei, ich bin tot. Hab ihn, Hab ihn. Einer noch draußen. Einer noch draußen. Ja, ich geh rein. Draußen noch. Oh, das könnte Killer sein. Er hat beschrieben wie so'n... Vermut' ich auch. Ganz vorsichtig sein. Einfach nur kurz pieken, wenn ihr den Adidas-Anzug seht, dann setzen wir das aus. War wohl Killer. Kopfschuss, tot. Durch die beiden Christen. Wenn du meine Waffe wegschmackst, dann schmackst du. Killer. Das ist mein Killer. Der zerstört uns da, Ani. Okay. Du bist im Laden, ne? Ich bin im Laden drin. Ich komm rein. Komm rein, nach rechts, nach rechts, da wo die Unkleinen sind. Close Range ist das Einzige, wo wir fighten können. Hier, 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 an der Seite. Hier. Ach da. Kopfschuss soll nicht. Ich stand hinter dir, Alter. Ja. Ich bin tot. Ich dachte, du coverst nicht. Ich bin auch tot. Oh, Dani, hättest du doch was gesagt. Ich konnte da nicht gucken. Ich dachte, du hast nicht gecovert. Ja, Alter. Hat uns alle gekauft. Ich war aber instant. Also, die sind die Top-Gast-I-Sensein. Du hast die Top-Gast-Sensein.